Neuer Name, neuer Optik und trotzdem ganz der Alte. Mercedes strickt den SLK zum SLC um. Das umfassende Facelift bringt eine Menge an Änderungen mit sich. So gibt es ab sofort einen neuen Einstiegsmotor. Im SLC 180 werkt ein 1,6 Vierzylinder mit 156 PS und einem Drehmoment von 250 Newtonmetern. Das reicht, um die Haare schon dezent zu verwirbeln. Zur wahren Sturmfrisur ruft aber der SLC 43 auf. In der AMG-Version schlagen 367 PS auf die Hinterachse ein und erlauben so einen 0 auf 100 Sprint in flotten 4,7 Sekunden. Zwischen den beiden Motoren liegen natürlich etliche weitere Leistungsstufen, die jeden Geschmack befriedigen werden. Die modernere Optik rückt den SLC zum ebenfalls neuen SL auf und ergibt vor allem als AMG einen feinen Schulterschluss mit dem Upper Class Modell.